Und wie gesagt, die Winde ist auch im Einsatz. Also er fährt ja jetzt gerade, wir kommen mit unseren normalen Pistenbullys, nicht diesen Berg von der unteren Seite hoch. Das schafft er also auch nur, weil seine Winde wirklich angetrieben ist. Und wenn ich das richtig im Kopf habe, zieht diese Winde mit etwa 2 Kilo. Aber das reicht gerade so, um dann auch steilere Berge hoch. Da ist richtige Hydraulik verbaut. Wir haben hier aber auch noch einen Pistenbullys in 1 zu 12. Der hat gearbeitet, sondern das ganze Schild ist komplett hydraulisch. Und das hat auch die Funktionen, die alle anderen, was man jetzt hier schön sieht, was hier gerade demonstriert. Das ist also eine echte Modellbauhydraulik. Damit wird dann in erster Linie Schnee aus den Reservaten in die Pisten geblasen, um mal wieder weiter drüber reden zu können. Angetrieben sind die von Sarkozy-Motoren. Und dann kann man auch oben diese beiden sogenannten Kamine, wo der Schnee rauskommt, vereinzelt verstellen nach rechts und links. Also somit kann man dann den Schnee auch problemlos in alle Richtungen befördern, wo er dann hin muss. Lange Zeit war es also so, dass wir, es war ein 4D-180, wir haben dann angefangen, diese Fahrwerke umzubauen, mit Einbauten aus Holz, um heute im Welle nachzuerpfinden. Inzwischen gibt es wieder einen Kleinseerenhersteller, für diese Rauch, Spulde. Da hatten wir aber auch das Problem, dass so ein oder andere sehr schnell von Rückgeland ist. Und dann hatten wir ganz zu Anfang noch mal ganz kleine Pisten durch. Das sind die Maßstab 1 zu 16. Es gibt einen Bausatz um den Pumor. Es gibt keine freie Farbwahlen. Es gibt, normalerweise ist die Grundfarbe rot, aber zum Beispiel diese Gellner-Diskumpel, die wir hier haben, die sind PB300, die sind in Kanada beheimatet. Dann gibt es sie in Silber, in Gold. Das ist ein Bulli, der wird diesel-elektrisch angetrieben. Also sprich, man hat einen kleinen Dieselmotor, der einen Generator antreibt und dann die Fahrmotoren elektrisch angetrieben. Aus der Schweiz gibt es ein Skigebiet, da ist alles in blau gehalten. Es gibt einige Skigebiete, die Sonderfarben wünschen. Und dann wird es auch mal lackiert. Die Grundfarbe ist grau, äh, rot. Bei Trino ist es also so, dass die Grundfarbe grau ist. Je nachdem ist man locker bei 5, 6, 7.000 Euro. Und man kann also immer weitermachen. Man sieht also jetzt hier nochmal einen 1 zu 8er-Lauf, vorne die beiden kleinen Dickies in die Windeln betrieben. Und so wird, wir treffen uns dann auch im Winter mal irgendwo zusammen, um mal etwas im Schnee zu fahren. Und das VW ist also... Damit neigt sich auch langsam schon wieder unsere generierte Zeit. Ich gehe davon aus, der ein oder andere Kollege wird jetzt hier Vorsicht, da ist ein Seil gesteckt. Auf der Piste wird ein Warngesteller aufgestellt, meistens mit einer Blitzleuchte, die dann ankündigt, dass das Pistengericht nahe ist, dann jetzt auch passiert, dass der Kollege es nicht gesehen hat und eingefahren ist. Und das passiert leider heutzutage. Große Skigebiete verfügen mal locker eben über 12, 13, 14, 20, 30 Millionen Kosten für die Skitesse, weil man sieht leider nachts nicht mehr, was auf den Pisten los ist, was kann man... Und es dauern also in der Regel 8 bis 10 Stunden, bis ein komplettes Skigebiet nachts wieder durchkörperiert ist. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.